Als wir ins Gelände gekommen ist, haben wir heute nicht noch Brotwurst geschmeckt, sondern auch noch den Gästebock. Schön, dass wir auch diese Tiere heute zeigen. Und Stefan Wagner will uns jetzt einen Kommentar abgeben und uns die Kaschmirgäste näher vorstellen. Wir begrüssen natürlich auch diese Gruppe hier mit einem herzlichen Applaus. Danke euch!